Und das war's schon wieder. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann tun Sie das kostenfrei und ohne jedes soziale Risiko in unserem Quer-Blog. Ein soziales Problem? Komm endlich, ist ein sozialdemokratisches Problem. Wo kann ich helfen? Indem du dir ein anderes Trägersystem suchst. Es ist Wahlkampf, Horst. Also kämpfe, du hast keine Wahl. Also wo kann ich helfen? Schnell, Herr Süß, ich muss noch nach Waldperlach zum interkulturellen Weinblätterfalten der Montessori-Wichtel. Ein Mann von Format. Also es wäre sehr verdienstvoll, wenn Sie verhindern könnten, dass zehntausende Mieter der Landesbank in München, Nürnberg und Würzburg den Spekulanten zum Opfer fallen. Jederzeit gerne. Weiß er denn, wo Nürnberg liegt? Schließlich hat er die Woche den Nürnberger Nachrichten erzählt, dass er gute Beziehungen nach Oberfranken hat, weil er so viele Aschaffenburger kennt. Da steht's. Also, wo liegt Nürnberg? Ich bin ja im Gegensatz zu so manchem lernfähig und jetzt weiß ich, dass Aschaffenburg in der Oberpfalz liegt. Genau. Nein, im Überallgäu. In Niederfranken. Eben, gell. Da schaust du Würstel mit Schnurren, wie wir das Land kennen, gell, Süß? Immer auf die Kleinen. Das sieht Ihnen ähnlich. Dabei gibt es keinen Zweiten, der die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger... Der Fränkinnen und Franken? Genau. Intimer kennen würde als ich. Und warum sind Sie dann für einen Flughafenausbau in München, der den Nürnbergern den letzten Passagier vor der Nase wegschnappt? Ja, genau. Warum? Sag's. Entschuldigung, Sie sind ja auch dafür. Wurscht. Sag's. Wenn hier einer Nachhilfe in Geografie braucht, dann doch wohl Sie. Denn wo liegt die dritte Startbahn? Nördlich der zweiten Alten. Genau. Nördlich. Und das heißt näher an Franken. Ah, so. Und deshalb wird eine vierte und fünfte Startbahn schon an den Nürnberger Süden hinreichen und damit Unterfranken dem pulsierenden Großraum München anschließen. Und eine sechste wird die Rhön streifen und damit Niedersachsen zum Teil der Münchner S-Bahn machen. Und Restfranken wird Park entreiht. Das Großmünchner Reich. Für die SPD mit einem Flughafen Franzosef Strauß. Das muss verhindert werden. Ihm fehlt eben das Visionäre. Aber ich muss weiter. Grundsteinlegung für den Weg der Betroffenheit in Milbertshofen. Dann geh halt, ehe ich zur Betroffen werd. Na dann, gute Nacht.